Ein bisschen Mühe dazu gehört, wenn man etwas erreichen will. Wenn man nur andere anspricht und sagt, hey du, hilf mir mal, mach mal für mich. Dann hast du, falls es klappt, ja noch nicht mal das Gefühl, dass du da wirklich selbst was dafür getan hast. Das ist ja wie wenn du reich geboren wirst. Was machst du mit dem ganzen Geld? Viele reiche Kinder, kenne ich, werden unglücklich, die haben keine Aufgabe. Aber wenn du dich hochgearbeitet hast, wenn du was erreicht hast, wenn du was geworden bist, dann hast du einfach ein Glücksgefühl, weil das gibt dir sehr viel mehr. Und ich finde auch immer, dass so ein...